So, Leute, willkommen zurück zu Duke Nukem For... äh, äh, Klonk Rage. Das war das Spiel, äh, äh, ja. Ne, ähm, ähm, im letzten Part haben wir ein paar Aliens hier, den... Wow, gar ausgemacht und, ähm, sind auch selber ziemlich oft ausgemacht worden. Und zwar ziemlich und das ist auch noch roh, quasi. So, ich will ja alles kaputt wissen. Lalalala. So, jetzt kann ich da hinten besser treffen. Ziel dahin! Vernichte sie! Oh, lad doch nach! Oh, Gottes Willen! Komm, die wird doch wohl treffen. Ist ja noch so ein Ding im Weg. Glaubt ihr wohl nicht. Scham, nam, 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 nam. Nom, 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 nom. Alles bitte wegmachen. Alles weg. Danke. So, freie Bahn auf die Viecher da hinten. So, und alle kaputt. So, und ich hoffe, das sind jetzt nur noch Grüne. Die sind nicht allzu schlimm. Nervig, aber nicht sehr schlimm. Hm. Let's try this! Der war... Watzum! Oh Gott! Schief doch! Treff doch! Oh, jetzt muss der nachladen! Oh! Oh, um Gottes Willen! So, die da hinten hängen schon wieder fest. Diese verdammten Idioten! Was? Wieso wächst das hier eigentlich ständig nach? Ich hab die Alien hier doch alle ausgeschlachtet. Aufgeschlachtet. Ausgeschaltet. Oh, ich möchte die Grünen da hinten treffen. Hallo! Durst dich bitte? So, hier. Bla, 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 bla. Danke. Na komm. Na komm! Thanks. Ich glaub, ich komm auch von der anderen Seite. Dü, 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 dü. So. Mein Panzer ist mittlerweile auch in tausend Teile explodiert, seh ich gerade. Na ja. Da wurde ich doch noch einmal gekillt, aber ich habe noch zwei mitgenommen. Gut, 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 ja. Eine Mission, wie keine Aua. Keine andere. Und, oh, jump, schön. Zack, zack, zack. Und in den Teleporter gehen. Yay, und die schöne Musik wieder im Hintergrund. Sehne mich trotzdem irgendwie an Terminator. Ich weiß auch nicht so genau warum. Und ich glaube, ich weiß, welche Waffe ich mir jetzt überhole für die da unten. Die hier. Die ich nicht mehr mitnehmen kann. Gut, dann. Scheiß auf den Flammenwerfer. Wobei, nee, den brauche ich noch. Scheiß auf den Granatenwerfer. Ja. Gut. Ah, ob das mal keine Fehlentscheidung war. Das seht ihr im nächsten Paar. Ich meine, nein, das sieht ja schon gleich. Jeden Augenblick quasi. Ja, ich habe jetzt wieder... Ich habe keine Lust mehr, das Medi-Pack zu holen. Whatever. Zack, und... Epic Nis ist epic. Und dann haben wir oben hier noch dieses Ding. Na ja, ja, ich sehe dich da. Glaubt mich, dass ich dich vergessen habe. Der Duke vergisst nie. Alright. Na komm. Äh. What the... Hilfe. Ich wollte Gott sagen, Dauerfeuer, Attacke, ist irgendwie scheiße. Okay. Dann doch lieber auf dem Flammenwerfer bleiben. Oh, da ist mein Panzer, sehe ich gerade. Verglüht. Warum muss man nicht immer dann die Munition ausgehen, wenn es echt scheiß Timing hat? Es stirbt doch. Oh. Wie er mich noch killt, obwohl ich eine Milliarde Mal auf ihn geschossen habe. Ist ja nicht so, als würde er dadurch irgendwie Schaden nehmen oder so. Nö. Oh. Ja, ja. Ey komm, eine vierte Folge soll es aber nicht noch werden. Ich will das jetzt hinter mir haben. Es sollte eigentlich nur ein kurzes Intermezzo werden, damit ich euch mal zeigen kann. Guck mal hier. Das ist Long Hazard Future Ballern und so. Und nicht viel bauen. Und ja. Daraus wurde jetzt schon die dritte Folge. Alienschlacht mit Onkel Duke, der, ähm... Ja. Voll versagt. Auf ganzer Linie. Dreimal. Und hoppala. All right. So. Und jetzt schnell hier runter und euch alle vernichten. Hey du da oben, ich seh dich. So. Das ist der letzte. Bitte. So, da muss ich jetzt hier unten nur noch den ganzen Scheiß abschauen. Und das ist noch welche. Oh Gott. Komm her. Beide. Jo. Unbesiegbarkeit. Schon wieder von dem Typen. Der ist nicht gestorben. Wo bin ich? So. Das waren jetzt aber bitte alle. Oh. Boah. So. Dann wollen wir den ganzen Scheiß noch mal auslöschen. Damit hier auch nichts Neues kommt. Bäm. Bäm. Nehmen wir lieber mal. Hoppla. Den. Geht dann doch ein bisschen schneller. Geht ihr das? Wie er die ganze Zeit Neues kommt. Oh. Hör auf nachzuladen. Das ist dumm. Wie soll ich das so schnell kaputt kriegen? Gehen. Ich bin doch kein Terminator. Ich kann es auch nicht erkennen, wie viel das noch ist, ehrlich gesagt. Aber an der unten Stelle, die da unten wächst, andauernd sofort wieder instant was Neues. Unmöglich. Wie soll ich denn das kaputt kriegen alles? Los. Schneller, 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 schneller. Da hast du Viege wachsen. Aha. Die wachsen also doch nach, die Tiere. Das ist ja geil. Ne, schneller hoch. Im Ernst? Wie soll ich denn das bitte machen? Schnell, 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 schnell. War es das? Ne, da oben ist noch was. Oh, schneller, lad nach, lad nach, lad nach. Das ist hier echt ein Rennen gegen die Zeit. War es das? Bitte. Oh, danke. Ja, diese restlichen grünen Sachen hier sind, wie gesagt, die Überbleibsel von diesen riesigen Bandwürmern. Sorry. Oh, Bandwürmern. Ne, das wird ziemlich eklig. Diese riesigen Würmer. Gut, ich habe keine Flammen mehr. Das ist natürlich echt geil. Kotz mich an. Los. Nur noch du und ich. Komm her. Wow. Oh yeah. Oh, lader schneller nach. Und schieß dabei. Immer will ich ein Epic-Battle haben und unterliege so brachial, grandios, fatal, fantastisch, genial, abnormal, katastrophal. Geil, scheiß, äh, quasi, kurz gesagt, in einem Wort. So, aber ich habe gehört, wir schaffen das jetzt. Geil, Leute, geil. Und dann haben wir diesen Alien. Oh Gott, da oben. Ich habe eine Reputation von minus 150. Ich glaube, ich glaube, ich kriege dafür nicht mal Punkte, wenn ich diese Mission jetzt hier schaffe, auf meinen Spielstand. Das ist natürlich top. Nicht so ganz. Man. Ähm. Okay. Da kommt der Duke zum ungefähr 800.000. Mal gefühlte. Weg, 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 weg. Weg, 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 weg. Yeah. Runde beenden. Cool. Leute, wir haben Hazard geschafft. Dann sage ich mal, im nächsten Part schauen wir, was wir dann machen. Erstmal hier wieder ein bisschen klonk. Bis dann. Tschüss.